Yo, 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 Servus! Mein Name ist SelecticNant. Ich darf willkommen heißen zu einem weiteren Part in der Arena. Heute spielen wir noch ein paar Spiele mit dem Black-Blue-Bruce-Control-Deck, das ich in der letzten Folge schon geshowcased habe. Ein Team um den Voracious Grey Shark. Eine genaue Team-Analyse, ich sage immer Team, eine genaue Deck-Analyse findet ihr im letzten Video. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Und ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Ich wollte das nur mal kurz als Intro machen. Wir springen auch gleich im ersten Kampf. Wenn ihr Bock auf Magic-Content habt, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen oder einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns im ersten Kampf. Bis gleich. Game 1. Wir sind am Play mit einer Servicel Hand eigentlich. Bar Mana würden nicht schaden. Gegner hat keinen Companion. Ja, wir haben Early-Essence-Get-On-Tardless-Act und können vielleicht mit dem Cycle in ein Land-Top decken. Ja, wir sagen mal go. Jetzt haben wir einen Risky-Keep, aber wir machen das mal für die Wissenschaft. Okay, wir erleben mit einem Swamp. Der Gegner zeigt uns... Uh, ist das Knights? Wir ziehen immerhin Removal. Das ist nicht schlecht. Wir schauen mal weiter, was der Gnone-Sontos spielt. Ob er Mono-White-Knights ist? Ist er Rectos-Knights? Ist er Mardu-Knights? Ist er Boros-Knights? Wir werden es herausfinden. Verlasst unsere Hand ganz gut, aber Länder würden trotzdem nicht schaden. Das heißt, wenn er jetzt nicht den größten Fred der Welt spielt, könnte er mir überlegen, ob er nicht Shark-Defone-Cycling... ...Halo-Blade. Der ist zugegebenerweise im Fred. Den müssen wir leider... ...schaffeln, äh, schaffeln, sag ich. Countern. Weißt du, das kriegen wir den nicht mehr so leicht vom Feld. Oh, wir ziehen ein Land. Gott sei es gedankt. Und sagen, go. Haben leider noch nicht... ...Din-Say-Please active. Okay, Warno-Bel-Knight ist fine. Sonst noch was? Sie sind Harlow-Blade, okay. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Hoffentlich greift der Gegner an. Dann können wir einen Shark-Defone. Er greift nicht an. Aber warum ist es besser für uns? Kriegen wir hier den Free-Blocker quasi. Und ein Land. Wir hätten auch die... ...Feed of Thrun poppen. Ne, wir können es gar nicht poppen, weil er kein... ...Ehh... ...Non-Standard... ...Ehh... ...Non-Basic-Land hat. Was Feed of Thrun zu nur noch schlechteren Draw macht. Aber es sieht nach Mono-White aus, tatsächlich. Okay. Bin gespannt. Ich glaube, das Match-Up könnte krass werden für uns. Also, im Sinne von... ...nicht hervorragend. Okay. Okay, wir haben Double-Removal-Spell. Das ist schon mal super wichtig. Und sagen, go. Mall of the Sky-Clave ist fine. Und wir Hardless-Acten-Wir den oder eliminaten-Wir ihn? Ich glaube, wir Hardless-Acten-Wir ihn, weil Eliminate... ...Ehh... ...Ist besser... ...Wenn er einen Token mitzahlt... ...oder einen Counter mit seinem Venable Knight verteilt. So muss er im wenigsten tapen, oder? Gains Indestructible. Tap Season Talented. Okay. Zumindest für eine Runde jetzt... ...Wir können die nächste Runde dann entfernen, gegebenenfalls sogar. Ich glaube, das machen wir sogar. Blocken hier. Und so, go. Mall of the Sky-Cliff, by the way, auch der Karte, die wir mit Races Great Shark counten können, was cool ist. So, ähm... ...My turn. Drawn into the lock. Wir sind irgendwie eine feine Karte. Wir greifen jetzt mit Hardless-Acten an. Und dann, bevor er der Karte zieht, eliminaten wir ihn. Perfekt. 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 Und jetzt kann er seinen Halo Blade nicht retten. Er hat zwar trotzdem noch den Fred hier draußen, den er jetzt auch attachen kann. Aber, können wir nicht viel großartig machen. Aber wenn das ein ganzer Turn ist, kann man damit gerade noch leben. Nächste Runde können wir dann. Und wir haben Drown into the Lock. wir schauen was der gegner spielt wir fügen noch einen nehmen noch ein hit vom vom neid und jetzt deleten wir nächste runde und wenn wir glück haben und ein was wir nicht haben greift hier mal an vielleicht zieht er ja ein land ja so schön wenn wir den cpys und drawn to the lock offen hätten ja zu stellen sein kommt noch eine kreatur sie sind hallo plate okay eigentlich okay das ist verloren ja das verloren ich habe das 2 oder 3 ist nicht verloren okay wir haben wir noch eine timer eigentlich ja wir haben ihn noch eine timer zu tun das gewonnen wo ich hätte schon fast aufgegeben haben wir das glaube ich gewonnen sogar er muss nur genau jetzt angreift hat er verloren dann noch ein one drop pass to damage yes ich spiele in high das sind 10 damage on board irgendwas zum antappen ist halt egal weil wir haben noch den cpys in der hinterhand oh mein gott okay scary scary matchup scary matchup auf jeden fall okay was wenn wir sideboarden äh 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 können wir jede karte und ihr spiel counter das ding ist wir müssen auf 5 mana kommen und da ist jetzt die frage wie kompensieren wir das ich glaube so bleiben epiphany so gut die karte auch ist ist viel zu teuer in dem matchup und locken wasserben wahrscheinlich auch da wir lieber zwei schachter und manchmal alle schachter von rein und sollen wir die rest spielen einmal dress klingt das für live gehen klingt das für live gehen ist vielleicht gar nicht so bad versuchen das so mal aber holy moly das war jetzt noch mal glück im unglück mono white müssen die fliegt definitiv aufpassen für sachen wie selfier saver oder l side of the life's bounty die können noch ein bisschen nervig werden in der matchup schauen wir mal was jetzt noch kommt decke auch linden wird er spielen es sah aber nicht so live gehen hier aus das muss man dazu sagen es sah eher hardcore aggro aus schauen wir mal ob wir das da überwinden können let's get it on hand ist serviceable to be honest wir haben removal wir haben counter spells name extinction event sehr gute karte für uns wir müssen nur noch zusehen dass wir länder kriegen woran es wieder mal mangels diesen hallo blade ok man aber neid ist fein ok da ist ein land ich glaube wir behalten uns eliminate das erste dann können wir nächste runde potenziell cycle und damit dem vierten land extinction event drücken oder spielen saftig das könnte saftig sein land drops sind jetzt einfach wichtig wenn wir die hätten dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus mall of the skyclave kommt ist fein bin equiptet er eliminaten wir jetzt wieder ein token was aber fein ist weil wir haben sogar wir haben das ist supergut das ist supergut ok wir können jetzt mit drawn into the luck sein neid zerstören das heißt wenn es ein turn darin besteht dass er ihn ausrüstet lumenark s print ok sein turn besteht nicht darin dass sein ausrüstet dann warte mal ab vielleicht später noch mehr karten aha wir zerstören ihn hier koron barrens auch sehr gut und wir besitigen jetzt den s print der ist für zwei ne even und der gegner hat nichts an bord was gut ist wahrscheinlich noch eine kreatur haben aber er kann auf jeden fall die runde nicht angreifen und er zögert auch hat er zwei kreaturen zwischen die er sich entscheiden muss vielleicht hat er one drop into ausrüsten oder hat ein two drop bei hat sechs mal oder nicht gut scheint killer und kein scheinkeller ist der auch instant ausnahm 33 käufer super karten zu ziehen weil brauchen im 44 shark nach s print wollen wir aber counter sehr gut zu bahn machen auch ein upturn scry dann perfekt draw into the lock da kann auch funktionieren kann auch funktionieren bion ist main und mit chari disruption abwerfen für den 44 shark nächste runde holen ich glaube es ist werf weil er hat genug mana in der regel ist ein go so kommunikate ziehen können draw into the lock spielen wanne ist in ordnung hier zerstören den giant killer kann er ihn protecten nein wahrscheinlich vielleicht rüstet er jetzt sein dings aus er rüstet ihn nicht aus hä ist der 5 zu ausrüsten die was hat er denn vor was kommt denn jetzt ich wüsste jetzt keine weiße flash creature das ist eigentlich relativ gut wenn er auch spielen ja warum nicht warum eigentlich nicht sagen go auf das gleich kommt greift an wir zerstören ihn geht auch durch und er kann nichts spielen das heißt wir ziehen noch eine karte ich habe nächste runde den 55 shark das ist sehr gut heartless act ist sehr gut ich spiele aus der swamp so go ok ich habe mir einen counter spell ziehen nein wollen wir einen fetten shark spielen er ist halt nicht groß genug für den wenn ich ehrlich bin ne dann lohnt es sich eigentlich eher karten zu ziehen eliminiert perfekt wir spielen mal heartless act lassen hier eine karte abwerfen ich habe halt keine ahnung was auf der hand haben könnte das ist nicht bitter aber warum hat er die nicht gespielt ich bin nochmal den meist mein traum eliminaten bevor er eine karte ziehen kann theoretisch hätten wir auch pre-combat eliminaten können des enchant greift er an ist die frage er equipt er so das wollte ich sagen ich habe jetzt wieder eine karte klingt das ist in ordnung können auch klingt du hast eigentlich spiel das ist wieder kein land können wir den tempel ja wir können beide spielen ne ok haben wir es anders spielen den haben heartless act kriegen den high ja das sollte passen so ein go end turn heartless act kriegen den high token können sein holoplat counter fight is one ok destructible ist aber fein wenn das alles so hat ich glaube wir lassen auch die sex damage erstmal durch wir haben genug life gehen gerade an bord dann haben wir das rein das option hilft mir gar nichts das war ja auch noch mal schock ja da ist in ordnung so grow so greife nicht an für das erste life is selfiest saver genau den wollen wir auf jeden fall counter so einen fetten body am feld blocken hier dann machen wir einen jump blocker mit cling to dust das glaube ich fair enough oder wir ziehen zwei karten was besser ich glaube der jump blocker bringt uns vielleicht sagt mehr beseitigen hier ein paar karten aus dem friedhof 1 1 shark weil die escape kosten sind nicht die converted mana costs by the way eliminate das ist sehr gut sagen go land ist gut greife mit unseren shark an wir greifen nur mal mit dem großen an weil falls er noch was super äh nochmal fight as one oder sowas hat um ihn indestructible zu machen ohne zu okay ich wollte eigentlich einen stopp setzen aber ist fein Bastow Attackers kriegen shark der gegner ist ein krieger einfach der gegner ist einfach ein krieger ok er hat noch eine land gehabt ist fein ziehe eine karte gehen live könnte auch überlegen die crawling barons zu holen aber eigentlich sehe ich da gerade keine notwendigkeit darin sollen wir noch einen high token machen ja warum auch nicht ich muss seine sein land so 1 1 kriegen noch eine karte und wow how many didn't say please kann man haben ja kann gerne token machen habe ich gar kein problem damit wir behalten uns ein high zurück er ist jump blocker kann basically alles äh alles verhindern was dieser gegner spielt und kriegen für jedes mal die den cp ist noch ein 3 3 high ist ein guter deal meiner meinung nach spielt nichts ok dann gönnen wir uns eine karte voracious great shark nochmal laden die barons auf der klein und spielen den high field of ruin das ist eigentlich eine sehr gute karte für uns jetzt ein unveil zerstören keine jump blocker mehr für dich island ist ein go greift wieder nicht an wir ziehen wieder eine karte ähm die barons chargen sie nochmal klein jetzt kommt sie auch im hollow blade vorbei take action greift mal an block mit seinen jump blocker ist aber fein kein giant killer so im wieder go ja sollte check mit sein oh disenchant nice try volumen nack aspirate fighters one gemillt ei 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 wir chargen die barons nochmal könnten auch überlegen zweite mal zu chargen aber ist egal ich glaube das sollte jetzt auch schon lethal sein wenn mich alles täuscht so block die 12 12 dann gehen ja es lief aber zum 1 zurück behalten falls irgendwas passieren sollte aber wir haben auch zwei counter space hat nur zwei karten auf der hand ist aber dieses mono white deck kenne ich gar nicht kenne wie gesagt nur die live game variante heute sogar den den labyrinth venturer labyrinth venturer eigentlich auch eine coole karte ok habe ich auch schon seit den release von seneca nicht mehr gesehen oder ist das ikoria ah das sogar ikoria never mind me das ist ja ikoria ok 12 12 wird in ordnung macht den indestructible auf ehre trifft die aber auch nichts weil die haie holen sich das ganze hier jetzt yum nice dann sehen wir uns im nächsten game ok wir sind am draw mit einer sehr konditionellen hand sage ich mal ich glaube ich will die nicht haben ich finde ich viel knackiger aus aber wir haben die maize my town und shark weg so ein bisschen davon entfernt die zu spielen und schauen wir mal was dr ducky für uns bereithält und da kommt der shark schon wieder außer triumph könnte rogues sein gegen rogues haben wir ein richtig gräuliges matchup da habe ich schon einige male kassiert mit dem deck äh ok ich will nicht mehr ist mein tompen hätte ein soring so tief rein flashen können oder sowas ok ist das ein mirror match ja ich brauche länder ich muss jetzt spielen okay wir haben keine geht im main deck das ist zumindest kein komplettes mirror match klein epiphany ja griffen ist nichts land drop gemisst wow der swamp ist auch sechs das äh äh kamigawa diese japan expansion die es damals gab die war geil und da spielt auch nichts wow land drop ist too much to ask komm spiel dein sexes land ich göns dir das schmeckt das schmeckt das schmeckt doch ne wow ein turn meine sens geht er weg herr schiak er hat's mystical dispute auf der hand hat ne ok ok was hat er dann er hat mystic dispute im main deck und wir haben land gezogen let's go oh wir können sogar noch ein airship draunen nul wir können das counter spell auch draunen dann kommt leg 8 was ah ich hab keinen zweiten sumpf true ok mein fehler den sie plis ist nicht unbedingt das was wir haben wollen hier noch nen hat das acten den haben eh nichts zu tun oh mein gott dann machen wir den so kaputt der counter spell nein extinction event ok ist fein hoffen dass dagegen jetzt was gespielt wenn ich ehrlich bin dann hätten wir das den sie pliessen können extinction event even even ok jetzt ein ugen kommt wäre natürlich super antwort ne ok ok sagen wir mal go frenetic inventory ist fein ich wüsste nicht was er spielen kann so wenn er irgendeine gratu spielt wär halt super nice für uns äh nein nein nischleis ist aber in ordnung zieht drei karten länder hätten wir gut brauchen können not gonna lieb wieder kein land ja 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 ich glaube das ist lost das ist lost man war es eigentlich schon in turn 3 aber wir schauen mal was er jetzt von uns zerstört land und den locken bringt nichts land land okay keine guten karten zumindest wir könnten versuchen aber er hat halt all the spells auf der hand ok das war es dann nehme ich sogar es klappt dann klappt es hat geklappt ok clean das wollen wir nächste runde in land hartless act ok land trifft nicht viel wir ziehen aber eh keins ja ok das ist jetzt g die mir control do nothing control das ist eigentlich unser unser ding so ähm wir wollen mystical dispute er hat eigentlich keine kreaturen gespielt ne wir können alles du resten was er im deck hat glaube ich wenn alles du resten basic cleaner dann wollen wir du rest haben wir wollen wollen wir shark typhon haben grundsätzlich ja ich glaube voracious great shark ist leider auch wenn du der namensgeber bist hier überhaupt nicht gut extinction event keine ahnung lock mal serpent ist glaube ich fein als one of sublime epiphanies auch gut äh essence gather können wir uns auch schenken so wollen wir in die gates reinhauen wollen wir den midnight clock reinhauen wäre gut für uns wenn wir äh wenn das match up grindier wird kommen wir einmal den jetzt die frage klingt du das ich glaub klingt du das ist nicht notwendig frage ist eine gate notwendig was packen wir dafür raus die andere frage ne wobei eliminate hat das ich glaube eliminate brauchen wir ja auch nicht packen wir dafür noch zwei negates rein ja ich glaube der rest passt du willst control gegner du kriegst control wollen wir das erste spielen hand sieht super aus sie sieht legit super aus ok try em let's go midnight clock tu uh 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 das mal du es offen der 2 spielen hat sich der frohen gezeigt ich bin es am midnight clock geht zwar bisschen früher hoch als wir es haben wollen aber wir ziehen irgendwann mal frische sieben neue karten und haben die einmal mehr ok res es weit vom ugen entfernt glauben wir nehmen er schiak den grollen barons vorerst sein feet of the dead früher weil das gibt uns auch mehr schwarzes mana in der hinsicht und dann könnte es passen hat auch keine länder es hat nur mono counter spells wir können nächste runde mit du rest noch was grabben es gibt 6 nämlich 6 schritte ok abgit describe es in Ordnung ja abgit 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 das war es wie du resten hier ich habe uns countert man das countert dann spielen wir island und greift mit der barrens an i guess er kommt das aber nicht okay neutralize negate kann natürlich alles spielen und wir frantic inventory ja auch nur wenn ich die karte klauen das passt dann ganz gut in island action hätten ihn für vier schaub er ist allerdings popp wäre ich davor mit macht er perfekt genau überlegen einfach die mit einer glocks mal zu chargen ok das war ein guter draw für ihn lock more serpent das machen wir sogar zieht jetzt zwei karten ist in ordnung ja gehofft er zieht mit dem castle es wäre cooler gewesen für uns dann eigentlich rollen barrens und jetzt zwingen wir einen counter spell von ihm das ist perfekt land hat er schon fünf karten im friedhof hätte er ne trotzdem hier den können wir trotzdem eine karte ziehen danach ja können wir er neutralize nicht by the way wir packen seine frenetic inventory weg und sagen go mein turn von oben entfernt wenn ein land zieht natürlich müsste ich lohnen den zu chargen können wir abgibt ok hat hat kein land gezogen schark typhoon hart ok schade ich habe ein bisschen auf dies gehofft ok drawn into the luck hilft uns auch nichts wenn wir ehrlich sind ok sobald er das hat ok der schirk kommt ja den gebe ich dir ok und hier eine clock drauf resolve wollen wir irgendwas drawn into the lucken ich glaube nicht die karten gezogen die karten gezogen was machen wir mit zehn mal eine gate perfekt und my turn okay ja lass uns mal gut sein muss eine karte abwerfen werfen wir das land ab werfen wir mein turm ab wenn ich ehrlich bin das macht uns am wenigsten und wie wir und das hier ist einfach wir haben auch negate ich sein negate kontern ok shark typhoon ist wieder in seiner hand wird trotzdem kritisch die haie jetzt zum spiel ich glaube mir sogar einmal können wir shark typhoon den see please haben ja können wir machen wir ich glaube wir müssen sogar machen oder zango raisin im borer ja komm meinort jetzt was ein ugen aber muss ein erschock dafür opfern wenn er damit unseren schabte zu zerstören will schauen wir mal was er vor hat könnte auch einfach sein shark typhoon wieder rein smashen auch legitim ist definitiv auch legitim ich muss sagen das kontrol match ab ist mit dem deck zumindest für mich schwieriger ok spielt den hart ist fein als alles andere wo wir jetzt kart advantage gehabt haben stehen wir irgendwie trotzdem schlechter so gefühlt und wir können es halt sein ugen counter ne bleibe tiffany wäre ein top draw ich glaube dafür schreiben wir auch mal kann auch das leben gut gebrauchen drawn into the lock nein brauchen wir nicht du res oh das ist schön schöner draw negate jurari disruption kann hat mir übrig glaube ich gegen zwei haie ich krieg sein ugen yes ok ok ich bringe hier noch einen sag mal no ok das wird jetzt ein grindy match vielleicht außer jetzt geil getop deckt dann rip aber sieht nicht so kacke aus inzwischen sind mit jurari disruption ok er will nur ein haie loswerden ok damit kann ich leben exzelle kart ja nimm in meinem tempel holen barrens charge der ok kann er auch gerne machen greift an wir zerstören seine barrens natürlich gönnen uns noch ein haie wir traden hier zwei haie i guess weil wenn er noch einen zauberspruch spielt dann kann er es trotzdem nicht countern gut dann machen wir das so ok 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 mace my toe ein haie alright alright wir ziehen eine karte jurari disruption ist leider überhaupt nicht was wir brauchen grant ich angreifen verlor blocken hier blocken hier schade ja es ist die da machen wir noch mal er sich down für das honorable sudoku und extinction event wäre halt sick as hell gewesen jetzt direkt an extinction event aber ja auch lotto ask aber wir haben uns gut komplexiert ins match-up macht nur showcase was alles hat ist in ordnung er hat von barrens let's go ob und ja dat march live und müssen wieder gedroppt ja clean as hell so noch ein kurzes fazit zu diesem weg ich glaube es ist durchaus valide ist aber in meiner augen kein erst hier deck vielleicht habe ich damit auch schlecht manövriert das will ich gar nicht ausschließen aber für die gegen control match-ups oder auch gegen rogues waren wir eigentlich komplett in der unterhand weil es ist schon schwierig in vielen match-ups auf fünf mana zu kommen ab und zu weil weil das einfach eine lange zeit ist ab und zu wenn man einfach keine länder zieht aber es dann einfach schaffler pech ich bin eher ein fan von anderen die mir control decks glaube ich das ist mir dann doch bisschen zu spezifisch ich meine es hat seine match-ups wo es scheinen kann es ist cool die great hands zu counter und dann einen buddy noch um zusätzlich am feld zu haben aber overall kann auch nochmal das sideboard zeigen overall hat mich das deck nicht ganz überzeugt muss ich ehrlich sagen ich habe damit sehr viele spiele gemacht und ja die ich die bilanz war overall glaube ich eher negativ oder sogar deutlich negativer als positiv nichtsdestotrotz wenn ihr bock habt den deck eine chance zu geben und damit einfach besser umgehen könnte als ich es ist in der video beschreibung noch mal shoutout an nameless sing der das ursprungs deck davon initiiert hat und ja wünsche euch noch einen wunderschönen tag macht's gut haut da rein euer lös sowas